Das ist ja wirklich auch Studentenschreiben. Ich habe mir da verschiedenste Einheiten angeguckt und hatte dann auf einmal einen Aha-Effekt. Ja, warum ist es so? Es haben sich halt über Jahre nochmal Lücken aufgebaut und diese zu schließen mit der Möglichkeit eines Erklärvideos, einer Sequenz, mehrere Videos hintereinander geschaltet, das ist schon wie so ein kleines Geheimnis. Das ist nicht für alle das Geheimnis. Nicht jeder wird nur mit Videos zum Verständnis kommen. Aber es ist ein wunderbares Mittel, was jetzt eben nicht nur wie früher bei Telekolleg abhängig vom Fernsehen sonntags morgens um neun ist, sondern zu Beginn über YouTube alle erreicht hat.